so kommt jetzt gleich wieder einer von der Seite der rast natürlich dann da rein und so kann es der ganze liebe lange Tag weitergehen komm den werden wir noch abwarten und dann wird mal gucken wo wir hin müssen äh ja was ist der mit dem Zug noch den wollen wir mal machen machen wir mal mit den genau den setzen wir mal dahin der wäre bloß da hinten hätten natürlich auch mit dem Zug weiterfahren können aber das ist jetzt zu spät ist kaputt ne komm auf den einen wollen wir warten das wird sicherlich lustig lustig oder auch nicht na komm ich überzug komm schon komm schon ja dann könnt ihr mal eine kleine Umfrage starten so bisschen was wie ihr das Spiel bis jetzt findet also ich find's cool also ich find's cool aber ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben wie ihr das findet ob ihr äh mehr auf Just Cause steht oder doch mehr auf GTA ähm würde mich mal interessieren oh krass guck mal Panzerwägen sind da drauf das ist ja geil fahren wir doch fahren wir doch gleich mal ne Runde das neue auf der Schienen entlang oh Gott die Upe sooo vielleicht wird man gleich von hinten so ein bisschen angestupst da kommt wieder irgendein Ziel rein fahren wir eigentlich richtig dann boah scheiße naja wir fahren falsch auch also gut dann mach mal das so wird dann fliegen wir darüber was haben wir hier für ein Ziel nö machen wir jetzt nicht hab ich jetzt keine Lust Barbarium Blackout ich glaub wir legen gleich mal ein kleines Päuschen ein dann kann ich mich der Blase entleeren und was Neues zum Trinken herholen ich merke nämlich schon wieder dass ein bisschen mein Mund trocken ist Grill Grill Schatz hörst du die Grillen ich rieche nichts dann könnte ich auch mal wieder immer wieder sehr wenn du meinen die Kommis schreiben die Umfrage war Grill dir gern oder nicht also ich kriege um und dann ist die Frage was mit dem er mit dem er wusste noch mit der fleisch oder vielleicht seid ihr ja Vegetarier und esst irgendwie bloß Käse oder was kann man noch alles drauf Gemüse kann man drauflegen so Champignons gehen oh die sind auch sehr lecker oder Paprikastreifen zum Grillen geht alles man kann alles grillen schreibt es doch mal in die Kommi das würde mich mal interessieren also wie gesagt ich bin ich bin mehr der Fleischfan ich haue da eher mehr also Steaks oder irgendwas zur Not auf Wurst sehen geht auch aber wenn 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 nichts anderes da ist ja so machen wir nämlich gleich mal die nächste Zugmiss ja und was war denn das grad warum brennst da Kippe rausgeworfen oder was was ist denn das hä vorhin doch auch die haben den Chat verloren der hat ja die eigentlich geklappten Dancing na 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 ja tschüss lieber Chad vorhin doch auch als wir abgestallt als der der Zug uns runtergeworfen hat oder der explodiert ist da war doch auch irgendein Chat drauf hoppala naja egal so die Mission machen wir noch dann legen wir eine kurze Pause ein und ähm dann dürfte es eigentlich gleich wieder gehen also für euch zumindest was dann die Ravelos primäre Kommando und Kontrollbasis ist mit kleinen effektiven Bavarium Gefechtsköpfen bestückt ein verheerender Einsatz von reinem Bavarium lass mich raten genau wie beim letzten Mal in diesen Rohren befinden sich gebündelte Strom- und Glasfaserkabel und da heißt es immer dass man aus seinen Fehlern lernen würde es wird so leicht wie einem Kind seinen Lutscher wegzunehmen achso ich darf wieder Rohren hinterher klettern ok na machen wir das halt aber ich glaube ich sollte erstmal Munition anfordern zumindest Raketenwerfer Munition beim letzten Mal hatten wir nämlich glaube ich ein bisschen Probleme was Munition angeht es war in dieser Speedfolge die ich da hatte genau machen wir das kurz aber bevor wir das machen ordern wir erstmal kurz ein bisschen Munition an einmal da einmal da wieder damit ja surprise surprise und irgendwas was man verlieren kann wenn man lustig einfach mal da stehen bleiben und da ist ein Rohr verstehst du folge den Ohren wenn wir mal stehen bleiben gucken ob die noch mehr so Fracht verlieren oder sowas ganz oben auf den Berg ich glaube das ist die letzte HSW die mag schöner Gedanke keine Super Waffen mehr aber der Kampf gegen die Ravello und Bavarium geht weiter ich bin bereit dafür gut ich glaube das sind mal alle irgendwo alter wie hoch geht das noch ein Aufzug besser gewesen ein Aufzug besser gewesen das da das da ach da ich bin dran ich hacke das Tor ach mach mal wieso lustig wohl dass die Tür zu ist ja ist doch immer so Tor gehackt und abwärts Moin wie geht's ich bin neu hier ich komm jetzt öfters und lerne noch schießen ich komm jetzt öfters und lerne noch schießen ne das ist ja übel so Aua Aua Bavarium Forscher missbrauchen ihr Wissen für die Ravellos Waffen äh ich darf mich da aber nicht langsam kommen wir ins Geschirr das wird übel ich hab erwischt Boah der Typ ist übel meine Güte meine Güte ich zieh meine Haustür daheim Boah der ist übel der Typ allzu gut allzu gut jetzt packe ich den Raketenwerfer aus meine Fresse yippie jajay Kolibri mal auf die tueur ein weiterer Schritt jedes Wissen über Bavarium auszulöschen das wird übel Amos So, Nummer 1 Nummer 2 Und die Nummer 3 Wie erwartet, ein schnellerer Ausgang Schrei doch mal dazu rum hier Verlass die Höhle Okay, tauchen So, dann haben wir das auch geschafft Dann kommen wir zu unserer wohlverdienten Pause Mission abgeschlossen Nächste Mission Erstmal gucken, wo Also, was sind das eigentlich denn die alles für Sternchen? Achso, das sind noch alles die Nebenmissionen Boah, heftig Also gut, ähm Mission Oh, guck mal Haben wir jetzt auch abgeschlossen, den Waffenkern Dann war das die Mission noch Das war jetzt geil Dann haben wir jetzt die komplette City Wegmarkierung Können wir vielleicht irgendwie fliegen? Dann machen wir die Schnellreise bis dahin So, und bevor wir da ankommen Würde ich mal sagen Machen wir eine kleine Pause Und sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder Dann danke fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Und denn dann Wir sehen uns einfach mal Vielen Dank.